moin moin meine freunde wir hatten gerade eine stunde kamera probleme und jetzt läuft es endlich wieder ich musste leider eine neue kamera nehmen weil meine alte schon wieder den geist ausgegeben hat also schon die zweite kamera die ich durchgerappelt habe ich weiß auch nicht was das für eine scheiße ist jetzt habe ich aber eine anständige kamera ist ein bisschen dunkler als vorher aber ich finde es doch voll in ordnung gestern waren wir ja kurzzeitig erster dann hat der gute wie heißt er der gute renny hat uns dann überholt dann hat jonah noch einen token rausgehauen und hat uns auch noch mal überholt und zu guter letzt hat carlos auch noch mal einen token rausgehauen und war dann auch besser als wir also am ende waren wir nur vierter ich hatte leider keine zeit mehr für den token zehn minuten vorher ist mir das leider erst aufgefallen daher müssen wir heute doppelt vollgas geben wir gehen rein viel spaß also heute sind bombe am start babies am start und magia alles ganz in ordnung allerdings keine rakete kein pecker kein waschbuch das schad spruch ist auch nur für den anfang gut das ist heute gar nicht so geil wie gestern dazu hat der gute nuke 8 geschafft hoppala und der asiatische mitspieler 6 wir sind gerade mal der dritte der angreift irgendwie möchte keiner mehr angreifen das ist so ätzend ich würde am liebsten auch immer erst später angreifen meine ich das nur da hängt meine kamera was ist denn das für ein standbild alter ich krieg die krise oh gott so scheiß drauf wir spielen jetzt und volle konzentration chat boah schon mal ein scheiß start die bombe stehen eigentlich ganz gut aber dafür müssten wir erst den tesla triggern wir gehen mit zwei magier vor dann müssen wir das ist gar nicht so gut spielen wir erst dragons swap bücher das war schon scheiße ich bin unnormal nervös gut die bombe stehen mist ja nur müll auf dem feld spielen einzelne magier ich glaube naja ich glaube wir spielen bogies wir müssen bomber nehmen ich bin am überlegen ob wir die magier zusammen swappen und dann die spielen aber ist natürlich auch schlecht bomber bringen nur auch nix jetzt haben wir einen bomber schon mal richtig noch mal drei bomber ich würde dass sie gerne ohne bomber hinkriegen weil nächste mit tesla ist schon arsch so die heavy bombs sind eigentlich schon nice jetzt müssten wir theoretisch noch vorher die hütten zappen das ist gut das ist gut ah digger ah das nimmt mir halt ich müsste noch ein sepp raushauen ah komm jetzt spielen wir den dann haben wir den bomber vernünftig nochmal bomber auf jeden fall ich würde jetzt gerne einen einzelnen baby spielen weil das steht alles recht nice nur der bomber hinten ist scheiße die bomber würde ich schon kombinieren ich bin ein baby für zapps jetzt retten wir einmal den baby so jetzt stirbt die luftabwehr kann ohne auch noch zappen ich glaube die luftabwehr hätten wir gar nicht zappen müssen die wäre eh gestorben das war dumm egal ich habe irgendwie brain lags heute ja hätten wir es nicht gemacht hätten wir jetzt schön zapps für tesla das ist natürlich jetzt geil dass die tesla abhauen also irgendwie schlechter geht es gerade gar nicht ein tesla bap ja so ein schmutz ist das wir müssen wir müssen magier spielen ja und barban sind jetzt overkill oder was oh ne sind sie gar nicht ok jetzt kommt noch ein baba mehr natürlich nicht oh nein ja müssen wir machen zwei bogies jetzt kommt bomber sechs babies also die bomber stehen gar nicht scheiße wir müssen auf jeden fall den magier machen und hoffen dass noch ein bomber kommt es kommt keiner aber trotzdem stark mit dem swapidi swap swaps nochmal drei babies ja bogies zusammen hätte ich besser hätte ich besser charge nehmen können hätte ich tatsächlich besser charge nehmen können aber natürlich wieder nicht nachgedacht zehn babies dann spielen wir einen bomber also ich weiß nicht was los ist mit mir die tage aber das ist gut wir müssen drachen nehmen obwohl prinzen wahrscheinlich aber das ist eine schwierige entscheidung drachen wären zwar geil für unsere kombi aber die frage ist halt ob wir die stage so fertig kriegen nein wieso kommt denn jetzt der baba jetzt könnten wir einen bomber gebrauchen mann jetzt könnten wir einen scheiß bomber gebrauchen wenn jetzt der bomber da wäre das ist doch so scheiße was ist denn das ganz ehrlich wie hoch war denn die chance dass der barbar kommt wie hoch wie hoch war die chance bei null bei null nicht aber bei eins das hätten wir geschafft ach digga heute ist mit mir nichts anzufangen ja dass der bomber kommt genauso hoch wie dass der barbar kommt heute kannst du mit mir nichts anfangen keinen krieg kannst du mit mir gewinnen ja ich glaube hier endet die reise sieben bomber jetzt kommen die seps die wir gebraucht haben so will talk jetzt kommt kein baby doch glücker digga so ne scheiße ja hätten wir die bomber von gerade gehabt wären wir jetzt auf jeden fall weiter jetzt wird es wahrscheinlich vorbei sein jetzt wird es wahrscheinlich vorbei sein oh zehn babies strong ja oder einfach swap buch holen nur mit dem swap buch kann ich auch nicht viel anfangen glaube ich fünf das ist gut die x bürgen siehst du da zwei ach keine ahnung ich kann nicht denken klappt gerade so also heute die kamera probleme vorhin haben mich so gefickt die technischen probleme 14er magier reicht wahrscheinlich nicht oder 11er prinzen könnte sogar sein dass 11er prinzen krasser ist magier oder prinzen ich glaube magier wären besser gewesen ich habe mir die nächste stage nicht angeguckt scheiße Bomber jetzt aber magier oder egal ich höre auf euch na Bomber wie viel das ist nice zwei swaps nur ich hätte einfach die prinzen spielen sollen stimmt stimmt habt ihr recht ach digga ich habe keine lust mehr ach ja hätte ich drei ach keine ahnung ey was ist denn heute los mit mir ich habe so einen brain schiss gehabt ne so ein hirn schiss heute ich habe überhaupt nicht nachgedacht die ganze liga nicht ich habe einfach gemacht und es war müll ich würde am liebsten einfach rausgehen ohne witz ich will das nicht spielen der spielzug ist doof ich will den spielzug nicht machen ah ja komm weil ihr es seid der nervt mich trotzdem der spielzug ist absolut scheiße ich würde ich würde ja jetzt sagen gg aber nein auf gar keinen fall es war alles aber kein gg es war absolut von vorne bis hinten scheiße gespielt so wir gehen rein ein baby dragon zu wenig ich bin jetzt schon überfordert digga warum müssen denn die tesla unten sein was machen bogies rot schaden machen die macht einen scheiß macht das bogies rot ist schon das einzig sinnvolle was man irgendwie machen kann warum nennen wir das rot digga schad heißt das es gibt keinen vernünftigen anfang gerade so babies auf jeden fall save ja das ist aber dumm das so zu nennen ich bin doch nicht im kindergarten nur weil das buch rot ist nenne ich das doch nicht rot ne ein bomber weil da wo diese komischen punkte sind da wo diese komischen bomber explosiv punkte sind geht der doch hin oder nicht das habe ich noch nicht ganz verstanden aber ich glaube schon daher glaube ich dass ein bomber am coolsten ist ja der bogie ist mir eigentlich egal ja sieben dragons wir swappen die bubs zusammen den bomber swappen wir noch nach rechts dann gehen wir jetzt erst bomber und dann bubs vier magier ok es könnte sein dass ein baba mehr reicht aber das will ich eigentlich ungern riskieren ich würde auch ich glaube wir hauen lieber einen zap raus als dass wir einen swap raushauen oder nachher reicht der nicht und dann das wäre scheiße oh ich will keine prinzen haben eigentlich noch eine einheit mehr ist nicht gut das ist jetzt richtiger schmutzwefel sollen wir einfach die zapps nehmen ich glaube ich habe echt ich zappe ich habe eine idee ich habe eine idee ich spiele einen bogie ach meine idee war dumm meine idee war dumm ich habe gedacht wir hätten ein schadspuch ich wollte eine baby dragon kombi machen wir haben gar kein schadspuch meine gedanken aber egal dann können wir jetzt die selbst raushauen wofür denke ich überhaupt wofür denke ich mein vater sagt immer das denken soll man den pferden überlassen die haben dickeren kopf und er hat recht kriege ich jetzt irgendwie eine dragon kombi hin es leckt ne ok nochmal zapps ein bogey ein baba so jetzt dragons Shad was los leckt es bei euch? Shad seid ihr noch da? Shad ich habe einfach übelst viel verbraucht übel viel das ist ein guter call das ist ein guter call das ist ein guter call out nuke danke das hat schmutz da seid ihr ich muss den tesla zappen ich bin bei einem magier und zwei barbaren shit sechs drachen ist es überhaupt smart jetzt den tesla zu holen? ich glaube wir können die am besten so spielen die äh magier Swap magier ja Babys jetzt zu spielen wäre natürlich schon assi die sache ist drei bubs bringen original nichts hm ich muss die Babys ich will die Babys aber nicht ich teste was hm ich will die Babys nicht wartet wenn ich jetzt zwei Bomber spiele ja ich muss die Babys spielen scheiße Digga es ist heute so rip es ist so anders rip heute es ist wirklich anders schmutz was verbahnt dieser Refill ne der Refill aus der Hölle ein Magier ich bin Babys ich kann heute auch nicht denken ja komm heute macht die Liga keinen Spaß weder beim spielen noch beim zugucken ach scheiße jetzt stirbt der Magier da habe ich nicht dran gedacht ach jetzt jetzt funktioniert der ja genau der Magier stirbt jetzt ja jetzt ist alles kaputt was ich machen wollte jetzt ist alles kaputt was ich machen wollte alle sind los egal na spiel ich verbahnen ah Babys ach schön schön nicht mal da wo wir sie brauchen das ist natürlich geil so stirbt ein Magier ach der Tesla haut ab habe ich nicht dran gedacht hm lol ja meine Freunde Venge ist des Todes ich weiß auch nicht das war es ja mal komplett ja das war es komplett es muss Clash Mini rauskommen ich brauche ein anderes Spiel zur Abwechslung Clash Quest kann ich zwar noch weiterspielen aber nicht mehr so reinsuchten mein Kopf platzt und ist tot alter mein Kopf ist tot ach Digga die Runde war doch so für'n Arsch jetzt habe ich wieder einen Token rausgehauen und habe so brainless gespielt ich kann aber auch momentan nicht denken alter ich kann nicht denken ohne Witz die zwei Wochen vorm Urlaub sind die beschissensten sind Real Talk die beschissensten schiss ach Digga ich kann nicht mal das Wort aussprechen ich kann nicht mal das Wort aussprechen es ist einfach oh ey ne meine Freunde das wird wieder keiner mit mir das wird wieder keiner mit mir pure Verzweiflung am Start ich weiß auch nicht was das ist momentan ist wirklich Katastrophe ich krieg's nicht hin vernünftig nachzudenken ja ich sag mal haut rein wir sehen uns ich hoffe dass es die Woche nochmal besser wird denn mein Kopf explodiert bye bye euer Psy und so weiter und so fort